Ich gehe gerne noch mal die Zeugenaussage durch. Was denn für eine Zeugenaussage? Ich war stark. Die ungeklärten Geschichten. Die ganze Furcht. All die Angst, die Freude. Schon bei unserer ersten Begegnung wusste ich, das ist der Richtige. Wenn ihr so gut anfängt, kann es ja später bloß nur schlechter werden. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Genommen, will ich dir in Liebe wiedergeben. Und drum, meine süße Hose. Meine liebe Hose. Sei lustig! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020